Ich freue mich, dass wir in der heutigen Zeit haben, die Pizza oder Pizza haben. Wann hat Sabur Pizza gegessen? Wie gefällt es dir in Deutschland? Mir gefällt es sehr gut in Deutschland. Es gibt Arbeit, Sicherheit und Geborgenheit. Bist du alleine hier oder mit deiner Familie zusammen? Ich lebe hier alleine und meine Familie lebt in Syrien. Und du? Ich wohne mit meiner Frau und zwei Kindern hier. Echt jetzt? Wie alt bist du denn? Ich bin 26. Mit 20 habe ich geheiratet. Aber dafür siehst du jung aus, Junge. Dankeschön. Tschüss! Tschüss! Ich bin 26. Ich bin 27. Ich bin 27. Ich bin 27. beteiliert. Du musst dich beeilen. Davon kann dich nicht anstehen! Wir wollen dich es nicht beeilen! Du musst dich nicht beeilen. Ich bin 23. Gleich manos von Sabur. der ja oft gehört aber schön. Würden Sie es mir nochmal sagen? Ja, sehr gerne. Laufen Sie geradeaus, überqueren Sie die Straße, dann laufen Sie wieder weiter, biegen Sie links ab und dann, wie gesagt, fragen Sie lieber bitte jemand anderes danach. Ich laufe einfach geradeaus, dann überquere ich die Straße, dann weiter geradeaus laufen, dann biege ich nach links ab, dann frage ich jemand anderes. Vielen Dank für die Auskunft, vielleicht sieht man sich irgendwann nochmal. Gern geschehen! Ja, man trifft sich immer zweimal im Leben, man sieht sich. Oshakshudana Darzabwane Olmoni Chimega Sich verlieben. Sich ver-lie-ben. Ich habe mich in dich verliebt. Ich habe mich in dich verliebt. Man, oshakshudana. Ich habe mich in dich ver-lieb. Das ist nicht so. Ich habe mich in dich ver-lieb. Ich ver-lieb. Ich habe mich in dich ver-liebt. Tôi zurück, Wenn ich in dich ver-liebe, wenn ich in dich ver-liebe, Das ist nicht so. ich sage es immer noch am 08. Ich werde jetzt die Zeit von 6 Uhr machen, bis ich meine eigene eigene Schmerzen werde. Was ich in der Sprache oder die Anwendung der Sprache in der Sprache? Die Sprache. Die Sprache. Was ich in der Sprache oder die Anwendung der Sprache in der Sprache in der Sprache? Die Sprache. Die Sprache. Die Sprache. Ich möchte mich an, dass ich diese Sprache auch für euch haben. Ich gehe in 50 Jahren in die Sprache. Ich gehe in 50 Jahren in die Sprache. Okay, das ist das, dass ich fünf Jahre später verabschied habe, oder verabschiede habe. Das ist etwas für die Geschichte zu verabschieden, oder das ist etwas für die Geschichte zu verabschieden. Das ist etwas für die Geschichte zu verabschieden, oder etwas zu verabschieden. Ich mache das, was ich für richtig halte. Ich mache das, was ich für richtig halte. Dann mach das, was du für richtig hältst. Ich mache das, was ich für richtig halte. Welches Parfum benutzt du? Welches Parfum trägst du? Wiedersehen! Anrufen und Telefonieren Ich mache das, was ich für richtig halte. Ich mache das, was ich für richtig halte. Ich mache das, was ich für richtig halte. Und ich habe das, was ich für richtig halte. Was ich? Das ist eine andere Frage. Was ich für einen Untergrund? Oder eine Untergrund? Dann haben Sie ja immer noch mich fest. Wie können Sie sich ausführen? Und ich habe die Frage, was sie ein Problem? Als ich ein Beispiel habe, kann ich das ein Problem? Ich habe die Einstieg. Sie können Sie sagen, ich habe die ein Problem. Ich habe die Einstieg. Aber wenn Sie sagen, dass Sie vielleicht diese Frau brauchen. Ich habe die Wahrscheinlichkeit. Ich habe die Wahrscheinlichkeit. Ich habe die Mannschaft mit ihm gefeiert. Dann müssen Sie in der Sprache klicken. Mein Freund hat mir gefragt, dass die Frau in der Zeit ist die Frau. Die Frau ist die Frau. Die Frau ist die Frau. Und er hat sich mit einem Gifeln zu erheben. der Verbrenn wenn sie sich reduzieren und ver Templieren fühlen möchte werden. Das Verbrenn метod ist, wie zwischen der Welt ist? Ich liebe dich. 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 Annd, schlag, be, grüßt. Fäkärkärdan vaja an die Schiedan der Zabane Almoni či meega? Denken Den-ken Be-arfe-ezofas an-me-bosat. Vob-shakle-kommeles an-etwas vaja an jemanden denken. Mano ishi misheke ba fekri chizi vaja ba fekri kase budan vaja dabore kase fekri kardan. Ishtenke viel. Ishtenke viel. Vob-mano ishi misheke maziyot fekri mekenum vaja mi andishum. Ishtenke ima andish. Ishtenke ima andish. Vob-mano ishi misheke ma ba fekri tu istum vaja dabare tu hemesha fekri mekenum. Kaif-karden, hal-karden, vaja lizzet-borden da zabane almoni či meega? Geni-sen. Ma yak chandona misheke mazi misheke ta yi kefeel baraton vaja tar shawa. Geni-s deinen giburztak. Geni-s deinen giburztak. As-hol-ruze tawaludat lizzet-bor. Geni-s deinen urlaub. Geni-s deinen urlaub. As-hol-ruze tawaludat lizzet-bor. Geni-s dein liben. Geni-s dein liben. As-hol-ruze tawaludat lizzet-bor. Geni-s dein urlaub. Geni-s dein urlaub. As-hol-ruze tawaludat lizzet-bor. Khaber dadan, vaja atlaagan dan dar哈哈 almoni či meega? Sony-s hear malden. Ze-shirts malden. Harf ewheel aазafie eooy bihei yaebi baikmuyubuse. Bai buy. Ba yutzahim saftah meisha. Ze-sh ba yey Mein Name ist das, dass sie bei jemandem zu erzählen, bei jemandem zu erzählen oder bei jemandem zu erzählen oder bei jemandem zu erzählen. Ich habe einen Beispiel damit, um für Sie zu erzählen. Wenn ich so Hause bin, melde ich mich bei dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Manahe ich meinst, dass ich ein Tag für Sie zu verwenden oder einem schönen Tag schochen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schön du Tag. Ich wünsche dir einen schön du Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, das stimmt. Bei Arach zagen, in der Zeit der Sprache, Gülpsen Gülpsen Ich habe einen Beispiel. Ich verstehe, dass es ein bisschen schwer ist. Aber mit dem Beispiel, ihr wisst, ein paar Mal. Er, Gülpsen, ein paar Mal. Er, Gülpsen, ein paar Mal. Er, Gülpsen, ein paar Mal. Das bedeutet, dass er ein paar Arach zagen. Er, 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 Ich bin auf die Nase gefallen. Ich hoffe, dass Sie die Antwort auf den Boden bekommen können. Bekken 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 Du bäxt brot. Du bäxt brot. Du nann meepashe. Einen schicklum schumma guffte, mittoni, du soe, jäzis. Du bäxt brot. Ghalad näst, emme schickl eiväld bähtar ist. Sich interessieren. Sich interassieren. Bein mannä ala kumann boudan, vaja moshtaq boudan ist. Arfe es auf Arsch FÜR AST Sich für etwas oder jemanden interessieren Ich interessiere mich für die Politik Ich interessiere mich für dich Ich interessiere mich für das Thema Ich interessiere mich für das Thema Ich interessiere mich für die Frage Ich interessiere mich für das Thema Ich interessiere mich für die Anna Ich junior Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich habe immer eine tolle Zeit bei dir. Ich habe immer eine tolle Zeit mit 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 dir. Das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Ich habe immer eine tolle Zeit mit dir. Ich habe immer eine tolle Zeit mit dir. Ich habe immer die sunscreen, Wenn wir einen Appen einzeln wollen, elinessbliemetros haben. Die klampe ist sehr wichtig. Die klampe ist eine Art, die nicht mehr von einem genutzt wird. Oder ein genutztes Sprachlisch. Wenn ihr in einem genutztes Sprachlisch- Sprachlisch gebt, dann nicht die klampe oder einen genutzt von einem genutzt. Aber die klampe ist sehr wichtig. Das ist ein Schlafen, ein Schlafen und ein Schlafen aus Schlafen und ein Schlafen. Schlafen und Schlafen und Schlafen sind. Schlafen und Schlafen und Schlafen Es gibt ein paar Zeit für mich. Hast du etwas Zeit für mich? Wie kann ich meine Blütergebnisse erfragen? Wie kann ich meine Blütergebnisse erfragen? Ich habe eine Art von Schlafen und Schlafen und Schlafen und Schlafen. Wie kann ich meine Blütergebnisse erfragen? Wie kann ich meine Blütergebnisse erfragen? Ich habe eine Art von Schlafen und Schlafen. Wie heißen Sie? Ich heiße Ibrahim. Und Sie? Ich heiße Salem. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Und Sie? Ich komme aus Afghanistan. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Ostfeldern. Und Sie? Ich wohne in Bittigheim. Und was machen Sie beruflich? Ich bin in Rente. Und Sie? Keine Ausbildung als Augenoptiker. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich lese ein bisschen und gehe manchmal auch spazieren. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich gehe gerne mit Freunden aus. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Das hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Hat mich auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Hat mich auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Wir sind ein Literatur. Ich bin in Rente. Guten Abend. Guten Abend. Willkommen. Ich tr街 dir mit. Ich trliee mich. Sein seraient. Und Sie placingdessen herzlich willkommen. Und wenn Sie zack Peace killed. , dasselbe sein werden. Willkommen. 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bei Umede die Dörr. Tschüss. Tschüss. Schüß. Schüß. Tschau-tschau. Genieß deinen Geburtstag. Genieß deinen Geburtstag. Aus Sallusetawaldez Lizzatbobar Vaya Kaifko Vaya Halko من امروز براتان یکی از افعال دیگر زبان علمونی را به معرفی میگیدم. و مطمئن استم که شما ای فعل بسیار زیاد کم شنیده این. ای فعل عبارت است هپرن میباشد. هپرن معنایش نداشتن، قصرداشتن و یا مشکل داشتن است. ما یک مثال میتوم تا ایکی براتان معنای از این فعل واضح تر شوهب. مت در قماتیک هپرت است با ایم. مت در قماتیک هپرت است با ایم. معنای مثال این میشه که در دستور زبان صحیف است. و یا او پسر و یا مذاکر با دستور زبان مشکل داره. به جان در زبان علمونی چی میگه؟ معنای صد درصدی دقیق وجود نداره، معانی تقریبی شما برتان میگم. جان در زبان علمونی میشه، لیبن، زیل و یا کرپا. وقتی بوگئن جانم میکن که مین لیبن، مین زیل و یا هم مین کرپا. وقتی بوگئن جانو تلم میکن که دست لیبن مینیس هرطس و یا دی زیل مینیس هرطس و یا هم در کرپا مینیس هرطس. Wenn Sie sagen, das Leben des Herzens von mir, oder die Seele des Herzens von mir. Ich hoffe, dass dieses Video für Sie gut ist. Glückwunsch! Ich hoffe, dass wir in der Zeitung der Albumszeiten sagen, dass ich ein Geheimnis war. Also mit Motor und Motor oder Bicycle oder Bicycle. Sie verarbeiten. Sie verarbeiten. Sie verarbeiten. Das bedeutet, dass wir mit Motor und Motor oder Bicycle oder Bicycle machen können. Ich schaffe, Sie verarbeiten. Sie haben, Sie verarbeiten. Sie haben, Sie verarbeiten. Ich verarbeiten. Ich verarbeiten. Ich verarbeiten. Ich ver czyt mehr Ich verarbeiten. 频道 Hessen für die Menschen, dazianra und Europas, Wir müssen 1-W versionen upon. Warten Sie bitte 1-W Augenblick. Warten Sie bitte 1-W Augenblick. 2. Warten Sie bitte einen Moment. Wie kann man in der Zeit der Almonie sagen, dass ich bei der Arbeit arbeite? Wir sagen das in zwei Formen. Ester Wenn Sie mit dem Fahrer oder mit dem Fahrer oder mit dem Fahrer beherrchen, Sie können das eine Art und Weise zurückgehen. Wenn Sie mit den Fahrer und mit Fahrer oder in Fahrer oder mit Fahrer oder mit Fahrer oder mit Fahrer über Warten, Sie können das eine Art und Weise zurückgehen. Schau, du bist, ich komme auf die Arbeit. Ich komme auf die Arbeit. Ich komme auf die Arbeit. Schau, ich komme auf die Arbeit. Ich bin bei der Arbeit, ich bin bei der Arbeit. Ich bin auf der Arbeit, ich bin auf der Arbeit. Ich bin auf der Arbeit, ich bin auf der Arbeit. Was hast du vor? Kannst du mir helfen? Lebe für dich. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Mach das. Mach das. Mach das. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe keine Frage. Ich habe keine Frage. Ruf mich an, wenn du ankommst. Ich muss los. 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 Der Geldschein Die Münze Die Währung Das Weltpapier Das Weltpapier Ich habe die Münze in der Welt gemacht, was ich in der Welt gemacht habe. Sich verlassen Ich verlasse mich auf dich. Ich kann mich auf sie nicht verlassen. Ich kann mich auf sie nicht verlassen. Die Krankheit hat ihn total entkräftet. Ich kann mich auf sie nicht verlassen. 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 Die Situation hat sich gewandelt. Ich kann mich auf sie nicht verlassen. 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 Wir machen ein Beispiel. Sie ist ein Missgunstiger Mensch. Sie ist ein Missgunstiger Mensch. Das ist eine Missgunstige Mensch. Das ist gut, dass diese Frau oder diese Frau ein Mensch ist. Ein Mensch ist ein sehr guter und sehr guter. Wir haben eine Art von zwei. Was haben wir mit ihrem Beispiel? Wir machen zwei Dinge. Wir haben eine Art von Meücken. Wir machen 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 eine Art von Meücken. In der Stadt. Wir machen diese Menschen. In der Stadt. Wir machen diese Menschen. Wir machen diese Menschen. Man macht es mit einem Menschen. Diese Menschen ist ein sehr guter. Sie hat viele Menschen. Sie hat viele immer wieder zu lernen. Sie haben eine Mischung. Misshandeln Misshandeln Der. Manage die in der Zeit. Manage funktioniert Es ist eine andere Seite, oder eine andere Seite, oder andere Seite. Manage funktioniert zwei menage. 2 Beispiel. Du darfst mich nicht misshandeln. Du darfst mich nicht misshandeln. Manage funktioniert die Menschen, oder andere Seite. Er hat das Tier grausam mishandelt. Das bedeutet, dass er mit den Haivern sehr viele Reaktionen machte. Oder er mit den Haivern sehr viele Reaktionen machte. Zuvul als auch. Manaheischon der Zuban Farsi ist. Zuvul bei manahe Hem ist. Als auch, Hem bei manahe Hem ist. Zuvul als auch bei manahe Hem ist. Jäk jummla messezum, dass man die Zuvul für die Zuvul ist. Zuvul als auch meine. Zuvul frauen als auch meine. Zuvul als auch meine. Zuvul als auch meine. Zuvul als auch meine. Er ist sowul mein Bruder als auch mein Freund. Zuvul als auch mein Freund. Zuvul als auch meine. 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 Es schmeckt zwar nicht gut, aber es ist sehr gesund. Das ist gut. Es schmeckt zwar nicht gut, aber es ist sehr gesund. Aufsehen ist das eine gute Sprache. Also kann man nicht gut und dass es sehr gut ist. Es schmeckt zwar nicht gut. Das ist eine gute Sprache. Das Bedürfnis Das Bedürfnis Einerseits gefällt mir dieses Buch Andererseits ist es mir zu teuer Einerseits gefällt mir dieses Buch Andererseits ist es mir zu teuer Einerseits gefällt mir dieses Buch Unde ist es mir zu teuer Unde ist es mir zu teuer Mitle, weil Manaheisch ist. Bsehjahr zahein der Zabon Al-Munik-Karberd dara. Mitle, weil, bei manahein der Einen Bain oder der Einen Aßnahmen ist. Eier ein Adverb oder Quied ist. Quiede Zaman. Ich habe eine Jumlahe mit mir. Und wenn wir nicht in der Jumlahe dann kann manaheisch verwendet werden. Wie zum Beispiel Die Schmerzen sind mitle weiter eiträglich. Das heißt, die Oeknone oder Hala ist der Takt-Ferser oder die Takt-Ferser oder die Takt-Ferser ist. Oder die eine Aßnahmen ist der Takt-Ferser oder die Takt-Ferser. Eine sehr wichtige Frage in den Zirn des Albums. Nachttragend. Nachttragend. Nachttragend ist eine Art von der Zirn. Ja, jemand, die etwas nicht verabschiedet hat, und in den Zirn der Zirn. Nachttragend. Ich möchte zwei Dinge machen, um die Zirn zu sagen. ZEI NICHT ZO NACHTRAGEND Er ist und bleibt ein nachtragender Mensch. Er ist und bleibt ein nachtragender Mensch. Sie haben diese zwei Klammer in der Zeitung des Albumen. Er ist und bleibt ein nachtragender Mensch. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch sehr glück. Er ist und bleibt ein nachtragender Mensch. Er ist und bleibt ein nachtragender Mensch. Er hat weder geschrieben noch angerufen. Er ist und bleibt ein nachtragender Mensch. 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 Das Grund derivative heißt. Es ist implementapand sind zuenden, Malen Lokal und la� chicks bin ich. Ich möchte dar News. Das System be放心 für mich. zumindest eine nachtragende Mensch. Das Entría nas cerclio. hast du eine nachtragende Verse mit meiner Meinungaire 19ke? Hast du eine nachtragende Roseara Woah? Aja, kudem soweit mهم därii Vaya soweit därii, kui märbütt bä kär Vaya mäsoum me shu Misal dubom Diese Frage ist jetzt nicht relevant Diese Frage ist jetzt nicht relevant Manaheischi me shuhe kuih Aja, porsisch vaya soweit Vailan, mهم näst Vaya rabt bä mäsoum nädar Zameima kerden Muttasel kärden Vaya alhaak kärden Där zuban almanii či meega Shuma yi kalima rai bistar jäst chunidin Anhengen Anhengen Ma yäk jummla me sauzum Däi jummla Manaheisch alhaak kärden Vaya amu Muttasel kärden ist Ich henge Den wohnwagen An den PKW an Ich henge Den wohnwagen An den PKW an Manaheischi me shuhe kuih Ma amu kärwana Muttasel kärden Vaya muttasel Mekonen Azji fel Shuma me tön Istafada bäkkonen Ma yäk misal Vara shmetum Misal ke Shuma taqriban Har du roos Bawu sarakar darin Ich mooshte maine wäsche Zum traknen Aufhengen Ich mooshte Maine wäsche Zum traknen Aufhengen Manaheischi Muttasel 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 Shubkikarden Janii inke Shuma ba fischar Daden Aab lebashaitana Dur me konen Bami fiel Dar zabane Almoni Čimega Aus Wringen Aus Wringen Aus Wringen Janii Shubkikarden Ma yäk misal Muttasel 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 Ich wringe mein hemt aus Ich Wringe mein hem Bekleben 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 Manaheisch Chaspandan Janii Chisirro Rooj Chisirro 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 Janii Chisirro Muttasel 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 De a want Ist Forboten Das Be, kleben, der, wand, ist, verboten. Manage eimesha. Chaspondan roi diwar memnoha ist. Wettbewerb misal, chaspondan kaagaz, eilamia, wogaira, roi diwar memnoha ist. Bekleiden. Be, kleiden. Be, kleiden. Machinaishe darsabana fersi pojandan va ya mobilbast kerden ist. Ma yuk misal metum ta aiki fiil bar shema wazigh ter shuma. Eish ver no licht bekleidet. Eish ver no licht bekleidet. Chubmainaishe darsabana fersi meche kabe. Man lebas nazeak bitan daštem. Untertitelung des ZDF, 2020 sich. Das bergt viele Gefahren in sich. Schubmann-Hochimische, ein Kar-Khater-Hai-Ziadera darbar daarat. Misale-Dohom. Warte, ich berge dich aus den Troumern. Warte, ich berge dich aus den Troumern. Schubmann-Hochimische, sabr-kun, Mantra-Az-In-Awar-Birun-Mia-Varam. Warte, ich berge dich aus den Trouwen-Birun-Mia-Varam. Ich kann dir ein Beispiel, bis ich Ihnen die Börfung-Fail-Fail-Fail-Fail-Fail-Fail-Fail-Fail-Fail-Fail. Der Wind blest mir ins Gisicht. Man kann man einen Schmall haben. Man kann man einen Schmall haben. Oder wenn man einen Schmall haben, Schmall wird man. Wir haben einen Schmall auf dem Schmall. Flanigen. Flanigen. Das ist eine Schmall auf dem Schmall. Aber schmall ist ohne Schmall. Ich habe einen Schmall auf dem Schmall. Wir haben ein bisschen im Park flaniert. Ich bin durch die Straßen der Stadt flaniert. Ich bin durch die Straßen oder die Schreiber. Ich bin durch die Schreiber. Ich bin durch die Schreiber. Ich bin durch die Schreiber. Das ist einmal ein Fühl über die Gebegen. Das ist ein Fühl. Das ist ein Fühl. Das ist eine Gebegen. Oder die Welt. Ja, das ist ein Mädchen geboren. Sie hat ein Mädchen geboren. خب مراشی میشه که او خانم یک دختر زایید ویا به دنیا آورد. مثال دوم Wo sind sie geboren? کجا به دنیا آمده اید؟ آویزان کردن ویا آویزان بودن را در زبان علمانی چی میگه؟ قسم که گفتم منایش آویزان کردن و آویزان بودن است. یعنی به این مفهوم است که ما این فیل را میتونیم هم در حالت اکوزا تیوی و هم در حالت دا تیوی استفاده بکنیم. ما دو مثال میتونم تا هر یک واضح شود. من تصویر را به دیوار آویزان می کنم. این حالت اکوزا تیوی است. حالت دا تیوی خب منایشی است که تصویر به دیوار آویزان است. آویزان کردن اکوزا تیوی، آویزان بودن تا تیوی. یعنی کسی را معرفی کردن در زبان علمانی چی میگه؟ یعنی کسی را معرفی کردن. ما چندانو مثال میتونم تا ایکی براتانی فیل واضح شود. یعنی کسی را معرفی کردن. براتان دوست خود معرفی بکنم. بعضی کسا صدای سینه درست تلفز کردن نمیتونن. بجایش میگن ثی و طور مثال سلام گفته نمیتونن میگن ثلام امی قسم یک شکل در زبان علمانی چی میگه؟ من ایک مثال میتونم در زبان علمانی. به طور مثال به زیبا ویا مقبول در زبان علمانی میگه شون شون ولی اونا میگه ثون ثون به طور مثال امیت یک آلاتا در زبان علمانی چی میگه؟ لیس پلن لیس پلن خوبمانای شی میشه که صدای سینه به طور صدای سی تلفز میکنن. یک مثال میتونم برش؟ خوبمانای شی میشه که صدای سینه به مثل سی تلفز کرد. باز هم به یکی از افعال سطح به سوی خوش آمدین. این بار ما بارتان فیل فیفن. فیفن را به مرفی میگیرم. این فیل یعنی فیفن به معنای اوشپلاخ کردن ویا امو سود زدن است. ما یک مثال میتونم تا ای که براتان معنای از ای فیل واضع تر شبه. ای کن اوف سوی فینگرن فیفن. ای کن اوف سوی فینگرن فیفن. خوبمانای شی میشه که او میتواند بادو انگشت ویا کلک اشپلاخ بکند ویا سود بزند. این روز میخواییم براتان یک فیل بسیار جالب دیگر را در زبان علمانی به معرفی بگیرم. بخشش باشه بیاده بیام میشه. دیگر زمانه که اگر آدم ایک قسم دستایش در بینیش میبره دستاک میزره متعار مثال قسم میکنه. امیره در زبان علمانی چی میگه؟ این فیله در زبان علمانی میگه پو پلن. پو پلن. بله. وقتی که اگر آدم دستایش در بینیش میبره ایره در زبان علمانی میگه پو پلن. میک نسال میتونم تا ایکی بارتان واضح تار شوا. دو پو پلست دی گنس سایت. دو پو پلست دی گنس سایت. یعنی کل وقت دست در بینیتا سمی تاگرخم میکنی. مانوی شمی است. تشکر استا وجهتان. یک فیله سطح سی اینس. غادلن. غادلن. این فیل یعنی غادلن به معنای با بایسکل ویا دوچرخه رفتن است. ویا امو بایسکل ویا دوچرخه سواری کردن است. یک مثال میتونم برش. اش غادل ییدن تک سو اربایت. اش غادل ییدن تک سو اربایت. خب معنایشی است که ما هر روز با بایسکل ویا دوچرخه به سر کار میروم. باز هم به یکی از افعال سطح بیسوای خوش آمدین. این بار ما بردان فیله غای سن. غای سن را به معرفی میگیرم. این فیل یعنی غای سن معانی زیاد داره. فقط ما ده ای ویدیو یک معنیشه برای شما میگم و یک جمله برش میسازم. غای سن ده ای ویدیو با معنای پاره کردن است. بلیا اگر شما چیزی را پاره بکنین از غای سن استفاده میکنین. ما یک مثال میتونم تا اینکه معنایش براتان واضع تر شوه. خب معنایشی میشه که ما خط ویا نامه را از بین ویا وسط پاره کردم. ما خط را از بین پاره کردم. کشتی گرفتن ویا درگیر فیزیکی شدن در زبان علمانی چی میگم؟ این فیل نیز مربوط سطح بسوی میشود. رنگن رنگن این فیل یعنی رنگن با معنوی کشتی گرفتن ویا امو درگیری فیزیکی شدن است. ما یک میسول میتونم تا اینکه معنوی زی فیل برشمو وزی تر شوه. دی بایدن مینا رنگن ار بیترد بسو ار شبفن. خب منهای چی میشه که این دو نفر یا مرد تا حد خستگی سرسختانه کشتی گرفتن ویا درگیر شدن. اگر شما کدام معنی دیگره غینگنه میدانین لطفا در کومنت بینویسین. شما زمانه که یک چیز دا ویا گرمه امتحان میکنین، می نوشین ویا می خورین، ایت یک حالت رخ میتوند. امیره در زبان علمانی چی میگم؟ من یک گلاس چای دارم، یک باری را امتحان میکنم. بله، امیره در زبان علمانی چی میگم؟ ای فیل شلورفن میباشد. شلورفن من یک جمعه برش میسازم. دست گفیلت میه ایبه هابت نیشت بین من شلورفت. دست گفیلت میه ایبه هابت نیشت بین من شلورفت. خب منویشی میشه، اصلا خوشی من نمیه یه وقتی که یک آدم یک قسم چای ویا یک چیزی گرمه مینوشه. وقتی یک آدم در خواب است ویا در هنگام خواب است، ایت یک کار انجام میده. امیره در زبان علمانی چی میگه؟ بله، منظور ما امون خروپوف کردن است. فعل خروپوف کردن در زبان علمانی میشه، شنارشن. شنار شن. بله، شنار شن. ما یک مثال میتونم تا ایکی برطانی فعل وزیتر شوا. اس نفت میش، وندو شنارشت. اس نفت میش، وندو شنارشت. منایشی میشه، حساب من خراب میکنه، ویا ما حسابونی میشم، وقتی که تو خروپوف میکنی. بازم یک فعل سطح بیسوی. زیش غیشن. زیش غیشن. ای فعل، یعنی زیش غیشن، به منای انتقام گرفتن است. خب، یک مثال میتونم برش. اگر ما در زبان فرسی بگوییم، من از او انتقام خواهم گرفت. چه قسم به زبان علمانی میگی میده؟ ایش ویرده میش، ان ایم غیشن. ایش ویرده میش، ان ایم غیشن. اگر بگوییم که من از او انتقام گرفتم، چه قسم میگیم؟ ایش ها بمیش، ان ایم غیشت. آب در گلو پریدن، ویا به گلو پرد شدن. در زبان علمانی چطور میتونیم ای فعل بگوییم؟ به طور مثال، شما آب مینوشین، به یک بارگی ایک قسم بگنین. یعنی آب در گلویتون میپرد. ایمیرده چطور میتونیم در زبان علمانی بگوییم؟ زیش فرشلوکن. ما یک مثال میتونم تا ایکی بر شما ای فعل واضح تر شد. ایش ها بمیش فرشلوکت. ایش ها بمیش فرشلوکت. خب منایشی میشه که یعنی در گلونم پرید، منظورش آب هست ویا چیز دیگر. باز هم به یکی از افعال دیگر سطح بسوای خوش آمده. شتاغن ای فعل یعنی شتاغن بمانای خیره خیره نگاه کردن ویا خیره شدن است. ما چندانم مثال میتونم؟ زی شتارت دیگنس سایت اندی دکه. زی شتارت دیگنس سایت اندی دکه. او کل وقت با سقف خیره خیره نگاه میکنند. دی حوز شتارت فا شموطس. دی حوز شتارت فا شموطس. باز لون پرست کسافت بود، یعنی کسیف بود. با غوم هستو دیگنس سایت افمیش گشتارت؟ با غوم هستو دیگنس سایت افمیش گشتارت؟ چرا کل وقت با ما خیره خیره نگاه کردی؟ سوی استفاده کردن در زبان آلمانی چی میگه؟ میس براوخن میس براوخن هم داره که به معنی تجاوز کردن است. خوب منایشی میشه که یک مرد بگانه با یا غریب به ای دختر تجاوز کرد. خوب منظورش جا تجاوز جنسی است. ای دو کلیمه همیشه در زبان علمانی در جملات یک جای می آین. این زیت و این در زیت. این زیت و این در زیت. خوب منوشی اس در از یک طرف وا از تارفي دیگر。 اینایز یا نیز یک طرف وا ادخریز از تارفي دیگر. ایگ جوه لبرش میس آزم؟ Einerseits gefällt mir dieses Auto sehr. Andererseits ist es mir zu teuer. Ich fühle mich so erlent. 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 Ich fühle mich so erlent.